jetzt sogar gesagt wir schauen erst einmal alle unsere gebiete also das erste und das ganz ganz starke und dann können wir eigentlich ruhig schauen dass man da dann das ein oder andere einnehmen okay anscheinend ist das schon mal fix ist das hobby anscheinend schon schnell reise aber wahrscheinlich ja damit man überhaupt nicht schnell reise punkt haben dann falls wir sterben also so 1 2 gibt es nur zwei punkte nur zwei punkte ok na gut dann schauen wir mal dass wir mal den eigentliche kriegen wie juli ja lele und tschüss aufschlitzte direkt seite 8 gemein gehe ruhig so weitergehen was so ist es dann wenigstens ein bisschen ruhiger noch da sind nicht so viele oder entdecken uns nicht so viele erst nicht wenn wir einfach nur so durchlaufen genau ohne dessen sie mich jemand entdeckt hatte diese aber geile welt geile welt das muss man gesagt haben noch mal ein sprung damit muss weiter schaffen und und wirklich nur zwei punkte wenn wir schon enttäuscht aber noch gut jetzt natürlich wie man genug geben zum sammeln also da machen wir keine sorge da machen wir definitiv keine sorgen ist da dass wir da zu wenig riechen okay dann können wir mal wieder suchen soja und da haben wir schon mal das erste irgendwas in der nähe des jahr ja 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 komm 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 perfekt sonst irgendwo ja sicher gibt es da noch irgendetwas nicht sicher oh wir sollten da herkommen okay ja sicher nur hügelgräber also da wird das eine wahrscheinlich das sein oder so das ist ganz wichtig sehr genau 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 damit man das rätsel wieder lösen kann und so damit man dann alle legendären sachen hat perfekt eins fehlt noch und ah da haben wir schon perfekt und verlassen zwei von drei okay aber das ist schon automatisch gewesen weil ich eigentlich da nur nicht war aber vielleicht müssen wir extra noch mal dorthin damit wir da ja die sachen finden werden ah wenn wir schauen müssen wir natürlich vorbeischauen müssen wir sonst wissen wir ja nicht ob wir schon alle haben oder nicht und wieder auf ja definitiv wir müssen sowieso rauf aber es wird wahrscheinlich auch so der weg hinführen so plus minus so ich lauf da einfach mal hindurch ich lauf einfach hindurch no way motherfucker scheiße 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 falscher weg falscher weg falscher weg so wartet kurz lehnen wartet jetzt geht es keine Taufe ja keine Taufe keine Taufe keine Taufe keine Taufe ja wir haben den weg gefunden ich würde sagen drops noch nicht oh 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 ich bin gespannt wir können dann wenigstens eh klar bei dem anderen eine schnellreise machen vielleicht wenigen zu oder sonst irgendwie aber bereinigt ist das ja schon oh 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 und let's go so kurz ist ja die welt dann ja auch wieder nicht das muss ja nicht gleich heißen dass wir jetzt dann schon nicht dann alle haben also dass wir dann schon sogar alle haben eigentlich aha okay zeigt mir sogar schon an eins haben wir sogar schon so ja perfekt yes 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 noch mal noch mal noch mal komm 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 perfekt oh da haben wir gleich mehrere am Start ui okay ja 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 oh ah okay das haben wir von der Bussi zu unternehmen findet ihr ja schon so viele eigentlich gar nicht auf der Welt bombe bombe gut für mich aha trotzdem kurz vorbeischauen muss man da was bereinigen muss man da nix ne passt schau nur ganz kurz Reinigung und damit wir schauen ja genau ich hab's mir gedacht ja ja mittler ihr könnt mich nicht verraschen wenn es um Sammelobjekte geht's leider nicht es wird alles eingesammelt manches leider halt zu früh das pisst mich halt ein bisschen an wenn ich nicht gewusst habe ob das jetzt ein Sammelobjekt ist oder nicht ja genau genau einfach mal so eine Drehung so oh okay okay ja aha wahrscheinlich dahinter oder so ja da haben wir schon da haben wir schon da haben wir schon da haben wir schon 2014 uuuhuue da haben wir sogar gleich 3 Missionen am Start 3 3 eine normale mission geil wird sagen wie viel haben von denen wieder zwölf da wunderschöne drei da man wahrscheinlich auch wieder 6 relativ gut verteilt